Alphastein hat einfach seinen eigenen Bunker da, ist da reingegangen hier gerade irgendwo und hat eine Wache hier davor rumlaufen. Oh mein Gott, was? Was? Guckt euch das mal an, dass hier ein Versch... Heyo Leute, CrimeX hier, was geht ab, ihr Paulberger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Und heute sind wir mal wieder auf Alphasteins geheimen Server, Leute. Und ich habe mir überlegt, wir werden den Paulberger heute mal wieder ordentlich pranken, Leute. Das Gute ist ja, Alphastein kann uns hier nicht runterbannen von seinem Server, denn ich habe gesagt, dass ich einfach seine Serverdaten veröffentliche, wenn er uns bannt. Also er kann nichts dagegen machen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das feiert, dass wir auf Alphasteins geheimen Server hier spielen, Leute. Und ich würde sagen, wir gucken uns hier mal ein bisschen in der Stadt um, weil ich habe einfach überhaupt nichts mehr auf Lager außer 24 Dollar. Also wir sind richtig armfreundlich, ich habe hier überhaupt nichts, kein Essen, keine Ausrüstung, kein gar nichts, Leute. Und was ist das denn hier, Lidl? Es gibt hier einen Lidl-Supermarkt, Leute, was ist das denn? Aber soll mir recht sein, weil wir haben auch nichts mehr zu essen. Ihr seht schon, wir verlieren hier schon den Hungerbalken. Also wir müssen uns sowieso mal was zu essen kaufen. Gehen wir mal in den Lidl rein, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, let's go. Oha, hier ist ja richtig was los, Leute. Was gibt es denn hier alles zu kaufen? Guck mal, hier sind Karotten. Eine Karotte, zwei Dollar, das ist ja voll teuer hier. Eine Kartoffel, ein Dollar. Blume, Blume brauche ich nicht. Gibt es hier auch Steaks oder irgendwas Krasses, Leute? Da ist ja Alphastein. Alphastein, was machst du denn? Komm, wir waren am Supermarkt willkommen. Wie, das ist dein Supermarkt hier? Ja, ich hab den gewohnt. Alter, wow, krass. Will ich jetzt nicht willkommen such dir aus, was du essen willst. Da gibt es richtig viele Sachen. Alter, Alphastein läuft ja bei dir. Leute, der hat seinen eigenen Supermarkt hier mittlerweile. Ja, ein Steak, drei Dollar, Leute. Ich würde mal ein paar Steaks mir nehmen. Warte mal, wie viel können wir uns leisten überhaupt? Ich nehme mal vier. Wir sollten nicht mehr als vier nehmen, weil das sind ja dann schon zwölf Dollar, Leute. Das ist richtig teuer. Ähm, okay, ich kaufe einmal vier Steaks bei dir. Vier Steaks. So, ich hab das hier in die Kasse ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Dollar. Das ist zu wenig, Max. Das sind nur Freunde, du musst mein Trinkgeld. Hä, da steht ein Steak, drei Dollar. Was soll das? Ja, das für normale Kunden. Aber wir waren doch mal hier. Du bist ein Feind von mir, Mann. Soll ich jetzt mehr zahlen in deinem Supermarkt oder was? Mann, mir geht's nicht gut. Ich will noch reicher werden. Ich muss meine Miete bezahlen von meinem Haus. Hä, wie, du willst noch reicher werden? Du hast schon einen Supermarkt hier. Ich hab noch gar nichts. Freu dich doch überhaupt, dass du was hast. Okay, okay. Du willst dein Fleisch? Hast du bezahlt? Hä, das ist... Das ist ja voll... Das ist Abzockerfleisch. Das bringt ja nur einen Hungerbalken. Mann, das funktioniert in der Regel. Das ist mein Problem. Alter, ey, das ist Skammelfleisch, was du mir verkaufst. Ich will es nicht. Raus aus meinem Laden. Alter, ey. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das hab ich vom Bauern geholt. Was für Top-Qualität. Das bringt nur einen Hungerbalken wieder. Das ist voll schlecht, das was du willst. Ich hab vom Bauern geholt. Das hat mir das alles extra frisch gemacht. Ey, ich sag dir ehrlich, Alfa Stein, du hast voll den Abzocker-Supermarkt hier. Cool, viele Kunden nicht hier. Weißt du, wie krass die alle einkommen sind. Ja, toll, toll. Ihr lasst euch... Ihr alle... Ihr alle lasst euch abzocken hier. Das war das letzte... Redest du das Hausverbot? Raus mit dir! Alles gut, Alfa Stein. Das war sowieso das... Das war sowieso das letzte Mal, dass ich bei dir was gekauft hab, Junge. Guckt euch das mal an. Wir essen hier was. 12 Dollar hab ich dafür gezahlt. Das bringt mir überhaupt nix. Das ist kein Problem. Verschneiden. Ey, guck mal, wie viel Geld der hat. Der hat zwei Hände voller Geld, Leute. Der macht richtig gutes Geld, Freunde. Ich sag euch, wie es ist. Warte mal. Wir müden uns hier mal schnell. Ey, der macht übertrieben gutes Geld. Ich sag euch ehrlich, Leute. Eigentlich müssten wir... Ich hab Max so abgezockt. Oha, hört ihr das? Oh mein Gott, Leute. Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, er hat uns voll abgezockt, der Paul Berger. Kostet nicht mal 1 Dollar in der Produktion. Und ich hab schon so viel durch ihn. Ich hab gesagt, das kostet nicht mal 1 Dollar. 1 Dollar in der Produktion. Er verkauft uns für 3 und das bringt gar nix. Das ist voll schlecht, Leute. Das ist Low-Quality-Zeug hier. Ich sag ehrlich, Leute. Es wird Zeit, dass wir Alpha-Stein ein bisschen mal abzocken, ja? Irgendwo musste er sein ganzes Geld gelagert haben. Ich mein, guck dich das mal an. Der hat hier schon seinen eigenen Supermarkt. Wir haben noch gar nix, Leute. Ich würd sagen, wir warten jetzt mal, bis der hier gleich Feierabend macht und sein Geld wegbringt. Und dann schauen wir mal, wo der hinläuft, Leute. Hey, Leute. Wann kommt der denn endlich mal und macht Feierabend? Oh, oh. Warte, er sagt... Er sagt, er hat genug Kohle für heute umgesetzt. Ich kann mich einfach in den Laden zulassen. Das sind Kunden. Egal. Wir gelösen das schon. Ah! Max, Bro! Oh nein, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Warum stehst du vor meinem Laden? Was machst du hier? Ähm... Ja, ich wollt nur... Ähm... Versuchst du hier? Max, guck mal, ich hab's gerade gleich. Ich suche nur einen Angestellten. Ich weiß, ich war eben gemeint zu dir. Aber ich fahre richtig gut. Und zwar kriegst du 1 Dollar pro Tag. 1 Dollar pro Stunde sogar. Was? Äh, Leute, ganz ehrlich. Ich... Ich wollte ihn ja eigentlich gerade verfolgen. Äh, um zu gucken, wo er sein Geld hinbringt. Aber jetzt hat er mir hier einen Job angeboten. Aber 1 Dollar pro Stunde, das ist ja total schlecht. Ja. Ich füllte dich hier in die Kasse rein. Ich kann in die Kasse Geld lagern. Dann lege ich jetzt auch alles rein. Okay, okay. So, die kommen dann in die Kunde und bezahlen. Die legst das einfach nur hier rein. Und ich gebe dir 1 Dollar die Stunde. Okay, ähm... Ja, 1 Dollar die Stunde. Ich fülle den Job rein. Nein, natürlich nicht. 1 Dollar die Stunde ist total schlecht. Ah, willst du? Gib mir Geld wieder. Äh, ich hab gar... Ich hab gar kein Geld. Das Teamsteil, ich ruf die Polizei. Nein, nein, alles gut. Brauchst du nicht die Polizei jetzt rum. Ich leg's ja wieder rein. Aber für 1 Dollar die Stunde, das ist doch Sklavenarbeit, ey. Nee. Friede ist so. Sei dankbar, dass ich dir überhaupt irgendwas anbiete, Max. Das ist gar nichts. Ja, und du hast voll viel. Zahl doch mal ein bisschen mehr. Du bist voll... Du bist voll geizig, Alter. 2 Dollar die Stunde. Mehr gebe ich nicht. 2 Dollar die Stunde. Da brauche ich ja übelst lang, bis ich mir überhaupt jemand was leisten kann. Ach, deine Gehle. Da warst schwille Formel an das Hausverbot. Ja, alles gut. Ich will gar nicht in deinem Müllladen arbeiten, Junge. Äh, das Bessland es gibt. Ja, es ist okay. Ich will hier gar nicht arbeiten. Tschüss. Okay, Leute, wir warten jetzt mal. Wir schließen jetzt alle den Laden. Kunden, die müssen ja alle raus. Wir machen heute schon zu. Leute, wir warten jetzt mal, bis der hier rauskommt. Der ist immer noch in seinen Laden drin. Ich sag euch jetzt, wie es ist. Wir werden den jetzt einfach mal verfolgen. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ich werde den jetzt verfolgen und gucken, wo der sein ganzes Geld hinbringt. So ein Ding ist das jetzt hier. So, okay, der ist immer noch in seinen Laden drin. So, alle hier lang, bitte alle folgen, Leute, bitte hier lang. Okay, der sagt hier den Leuten, dass er Feierabend macht. Der will die alle hier rausschicken, oder was? Ey, Leute. Der hat einfach seine ganzen Kunden hier rausgeworfen. Oha, Leute. Er hat einfach seine ganzen Kunden hier rausgeworfen. Das läuft ja übelst bei ihm. Hä, er sagt, er geht nach Hause, wo läuft... Nein. Nein, sagt mir nicht, dass das vorne da sein Riesenhaus ist, dass das dem gehört. Ey, Leute, dann hätte Alpha-Stein ja ultra viel Geld hier. Ey, er ist einfach der reichste... Das heißt einfach, er ist der reichste Spieler. Er hat einfach einen Lidl, seinen eigenen Supermarkt und eine riesenfette Villa. Wir müssen jetzt richtig aufpassen, wenn wir den verfolgen. Wir werden jetzt richtig sein geheimes Geldlager finden. Oh, oh. Nein. Nein, 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 nein. Hat er mich gefunden? Nein. Hast du hier? Äh, ja, ja, was geht, hey. Was geht, Bro? Wie gefällt dir mein neues Haus? Ja, es sieht krass aus. Ich wollte nur mal gucken, wie du so wohnst, weil du ja so viel Geld hast. Äh, erst eben Lidl-Beschwörn und jetzt kommst du zu mir nach Hause oder was? Was suchst du hier? Alter, was hast du für eine riesen Luxus-Villa? Ah, Mann, aber die kostet richtig viel Miete und ich habe noch nicht mal Möbel. Ich muss mir erst mal noch Möbel kaufen. Das ist noch alles voll lange. Alter, wie viel Miete zahlst du für die Villa? Ein Stack pro Tag. Ein Stack pro Tag? Ja, allein das, die muss ich schon weggeben. Ey, aber das zeigt ja, dass dein Lidl richtig krass läuft. Der läuft richtig gut, Max. Ich werde doch bald Autos kaufen und einen Fernseher und alles. Das heißt ja, du musst mindestens ein Stack pro Tag verdienen und du wolltest mir nur zwei die Stunde zahlen? Was bist denn du für ein Geizhals, Junge? Äh, Max, warte mal. Ich habe doch noch andere Kosten, das muss man verstehen. Die Villa, die kostet Miete, die Möbel. Ja, okay. Die kann ich mir so viel abgeben, verstehst du? Alles gut, ja. Schön, dass du so eine riesen Luxus-Villa hast. Gönne ich dir. Ja, danke. Das gefällt mir auch, Mann. Ich bäume hier meine Möbel rein. Schön, schön. Schön, danke dir noch. Viel Spaß, alleine draußen. Tschüss, Alphastein. Tschau. Such dir einen Job. Ey, Leute. Oha, der hat gesagt, wir sehen arm aus. Ey, der flext uns hier richtig an. Zuerst hat er hier seinen Supermarkt, jetzt hier seine ultra heftige Riesenvilla, Leute. Ey, jetzt reicht es mir. Und dann nennt er uns auch noch Arm und wir haben nicht mal genug Geld zum Essen kaufen hier. Jetzt reicht es mir, Leute. Wisst ihr was? Ich werde ihn jetzt mal hier beobachten. Irgendwo muss der Typ sein geheimes Konto, sein geheimes Lager, irgendwas haben, Freunde, wo der sein ganzes Geld hinbringt. Der kann das ja nicht alles in seinem Inventar behalten. Wir werden ihn jetzt mal hier ein bisschen beobachten. Okay, der ist hier gerade so am Einrichten. Ein bisschen dekorieren. Möbel und so weiter. Aber ich sage euch, wie es ist. Früher oder später wird er auf jeden Fall mal losziehen und sein Geld wegbringen. Und wir werden hier warten, bis er losgeht. Aber Leute, hier habe ich noch gar kein Self-Hild mit gerade. Ey, er sagt wieder was. Er sagt hier wieder was. Warte mal, hat er gerade gesagt, er wird... Bunker, Leute, bis jetzt muss ich die Kamera mal ausmachen. Ihr dürft das nicht sehen, wo ich langgehe. Oh! Deswegen muss ich die Kamera aus. Bis gleich! Alter! Leute, er zeigt das nicht mal in seinem eigenen Video, wo er jetzt hinläuft. Ich werde es aber natürlich zeigen. Hahaha! Er hat gesagt, er will sein Geld wegbringen. Er geht zu seinem geheimen Bunker. Wir werden ihn jetzt mal hier heimisch verfolgen. Hallo, hier ist deine Tageszahlung. Hallo, Chef. Zwölf Scheine für dich. Nur für die eine Stunde. Er hat sogar eine Wache. Leute, der hat da... Du bist der beste Angestellte des Jahres. Wirklich. Oh mein Gott. Danke schön, Chef. Oh mein Gott. Du musst mir, dass du bald auch ein Haus kaufen kannst. Wirklich. Du machst die Arbeit turmend. Ich werde niemanden reinlassen. Auch nicht solche dampfenden Tiere hier. Oha! Oha! Ey, die Wache hat gerade einfach mit einer Pistole, mit einem Gewehr hier ein Tier einfach weggeschossen. Danke, das hast du gut gemacht. Ey. Heute alle fern, okay? Pass auf, dass wirklich niemand reinkommt. Ich hab doch meinen, äh, Syphie, du weißt. Okay, ich geh rein. Schiss, Kumpel. Danke. Alter. Ey, Leute, krank. Krank, krank. Alphastein hat einfach seinen eigenen Bunker da. Ist da reingegangen hier gerade irgendwo. Und hat eine Wache hier davor rumlaufen. Ey, das ist ja komplett crazy. Das ist ja komplett crazy, Leute. Oha, warte mal. Wir müssen uns das mal angucken. Natürlich darf die Wache uns nicht sehen. Wir haben ja nicht mal, Leute, wir haben nicht mal Essen. Und der ist hier top bewaffnet. Wie sollen wir denn an dem vorbeikommen jetzt hier? Ey, das ist krank. Das ist krank, Leute. Erstmal einen Schluck Paulberger Limo. Ah, damit werden wir das schaffen, Leute. Es geht weiter. Ich bringe später noch mehr, weil ich weiß, du machst top Arbeit. Chef, jawohl. Kein Problem, Sir. Bitte immer die Augen aufhalten. Du weißt, es ist so wichtig, meine Items, dass ich niemals verliere. Oh mein Gott. Ich werde dir ein Haus bauen sogar, wirklich. Alter. Er sagt sogar, er will seiner Wache sogar ein Haus kaufen. Tschüss, Kumpel. Okay, er geht weg. Er geht weg, Leute. Okay, okay. Leute, das ist unser Moment. Also erstmal ganz kurz. Alpha Stein. Da hängt auch eine Kamera hier, Leute. Also irgendwie muss hier ein Eingang in den Geheimbunker sein. Oh mein Gott. Aber wir müssen die Wache da weglocken. Wir müssen die Wache da irgendwie weglocken. Da ist noch ein Pferd. Dass wir da durch... Alter, er hat gerade einfach das Pferd hier abgeschossen. Oha. Ey, Leute, das ist krank. Das ist echt krank. Okay, wie können wir an der Wache vorbeikommen? Lasst uns mal einen Plan machen. Ich meine, wir haben gar keine Waffen. Wir haben keine Rüstung, kein gar nichts. Das Einzige, was wir versuchen könnten, ist irgendwie die Wache da wegzulocken, Leute. Leute, und ich habe mir schon was ganz Besonderes überlegt, wie wir die Wache ablenken können. Und zwar, ich habe ja noch ein bisschen Geld auf Lager. Also wirklich kaum noch was. Nur noch 12 Dollar. Aber ich glaube, das reicht aus, um uns beim Shop da hinten ein bisschen Schwarzpulver zu kaufen. Dann können wir uns TNT holen. Und mit der Explosion werden wir die Wache jetzt ablenken. Ich glaube, das ist ein richtig guter Plan, Leute. Boah, ey, guckt euch das an. Ich kann nicht mal mehr rennen, ey. Wir haben gar kein Geld mehr. Ey, keine Ahnung, Leute. Mir ist das egal. Ich werde jetzt hier kurz in Alpha... Oh, Alpha Stein ist in seinem Lidl drin. Oh, ich wollte gerade sagen, wir brechen da ein. Äh, ich breche doch nicht ein. Okay, schade. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Essen geklaut, weil wir können einfach nicht mal rennen, Leute. Guckt euch das mal an, wie langsam wir sind. Wir sind so arm, es wird Zeit, dass wir wieder zu Geld kommen. Okay, aber ich... Oh, warte mal. Wisst ihr was? Wir werden uns einfach hier so ein paar Heuballen klauen. So, tut mir leid an die Villager, aber ich brauche jetzt hier fürs erste Mal ein bisschen Essen, Leute. So, und dann gehen wir jetzt hin mit unserem letzten Geld, was wir haben. Gehen wir jetzt hier mal zum Händler. Da haben wir uns ja letztes Mal schon mal hier ein bisschen Schwarzpulver geholt. Ey, wir haben jetzt nichts mehr. Wir sind arm, Leute. Kein Dollar. Null Dollar haben wir jetzt auf Lager. Trick 17. Wir werden jetzt hier einfach Brot essen. Das bringt ja... Hä, Leute, hier kann man sich nicht mal Brot craften. Ey, locker hat Alphastein das hier auf seinem Server deaktiviert, damit Leute in seinem komischen Lidl da was kaufen müssen. Ey, so ein Ehrenloser. Ganz ehrlich, deswegen hat er so viel Geld. Der zwingt alle Spieler dazu, bei ihm was zu kaufen, weil man sich hier kein Essen craften kann. Naja, egal, Leute. So, zack, zack. Perfekt. Wir haben ein bisschen Sand für TNT. Jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Holz, Freunde, damit wir uns so eine Druckplatte noch machen können. Und dann kann es direkt losgehen. Oh mein Gott, Leute. Trick 17. Wir werden jetzt den geheimen Bunker von Alphastein aufsprengen. Haha. Leute, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Wir haben TNT. Oh, warte. Habt ihr das gesehen? Da vorne läuft der gerade. Ich dachte schon, der hätte uns hier gesehen. Sehr gut. Und dann machen wir uns hier noch eine Druckplatte. Okay, wir haben alles, um die Wache abzulenken. Ich hoffe, das wird alles gut gehen. Oh, aber das Gute ist jetzt, wenn Alphastein nicht mehr in seinem Lidl ist, dann können wir da jetzt kurz einbrechen und uns ein bisschen Essen klauen, damit wir wenigstens mal wieder rennen können. Zack, der Lidl ist auf hier. Okay, okay. Ey, wisst ihr was? Wir essen ein paar Karotten. Wir essen jetzt hier ein paar Karotten. Die Steaks, die bringen eh nicht mehr als Karotten. Wobei, die Karotten bringen sogar nur einen halben. Ey, das ist ja so schlecht hier. Da seht ihr mal, was der hier für ein schlechtes Essen verkauft. Das ist überhaupt nicht nahrhaft hier. Ich glaube, Leute, es wird Zeit, dass wir vielleicht ein bisschen Konkurrenz machen. Und wir werden uns einfach selbst irgendwie so einen Essensladen aufbauen, Leute. Damit Alphastein hier nicht mehr so viel verdient. Aber egal, darum kümmern wir uns später. Jetzt erst mal weiter. Wir gehen jetzt zum Tresor. Okay, Leute, da unten ist die Wache. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Er darf uns hier auf jeden Fall nicht sehen, Leute. Okay, wir werden jetzt hier die Ablenkung einbauen. So, zack. Und Druckplatte. Können wir die hier irgendwie draufsetzen? Nee, warte. So, und Druckplatte drauf. Wir müssen uns auf jeden Fall gut verstecken. Wenn wir das jetzt hier lostreten, dann 3, 2, 1 und... Oh, mein Gott. Okay, 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 okay. Gleich Explosion und... Bam! Oh, mein Gott. Die Wache flitzt los. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Die Wache ist abgelenkt. Die Wache ist abgelenkt. Die Wache ist abgelenkt. Das ist unsere Chance. Oh, mein Gott. Der knallt da richtig rum. Ey, der dreht hier völlig durch. Wir müssen jetzt hier gucken. Wie können wir hier rein? Hier ist eine Kamera. Ey, Leute. Irgendwo muss hier ein geheimer Eingang sein. Alphastein ist doch hier reingelaufen. Oh, mein Gott. Was? Was? Guckt euch das mal an. Das hier... Das hier... Hier kann man einfach durchlaufen durch diese Dirtblöcke. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind in der Alphasteins geheimen Bunker. Oh, mein Gott. Leute, wie krass ist das denn? Oh, mein Gott. Aber hier sind überall Kameras. Wir sind safe schon zu sehen auf der Kamera. Aber ist egal. Bis Alphastein, das Check, sind wir auf jeden Fall weg hier. Was ist das hier? Der hat hier ein geheimes Bett. Das ist wie so ein geheimer Bunker hier. Und das ist aus diesem gehärteten Eisen. Oh, mein Gott. Das ist ein Admin-Bunker von Alphastein. Das ist aus diesem gehärteten Stahl. Man kann das nicht mal abbauen. Oh, nein. Und hier ist auch wieder eine Sicherheitstür. Und wieder so ein Zahlenfeld. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Nein, seht ihr das? Die Wache. Die Wache steht jetzt hier wieder vorm Eingang, Leute. Ey, wir werden hier niemals lebend rauskommen. Wir werden hier niemals lebend rauskommen. Auf der einen Seite ist hier die Tür mit dem Zahlencode. Und auf der anderen Seite wartet die Wache auf uns. Jetzt ist natürlich die Frage, Leute. Was ist denn jetzt hier der Code, um hier durch die Tür zu kommen? Warte mal. Wisst ihr noch der Code von dem Server in der letzten Folge? Das war doch 3, 8, 5, 1. Und? Nein, das ist hier ein anderer Code. Ey, Leute. Wie sollen wir den denn rausfinden? Was haben wir hier noch? Wir gucken mal ein... Nein, guck mal. Hier liegt ein Buch. Wir nehmen uns das mal raus. Was steht hier? Was steht hier, Leute? Passworttipp. Seit wann gibt es mich? Okay, Alphastein hat sich hier einen Passworttipp aufgeschrieben. Wahrscheinlich, falls er sein eigenes Passwort mal vergessen hat. Seit wann gibt es mich? Hä, was soll denn das für ein Hinweis sein? Seit wann es Alphastein gibt? Warte mal. Meint er damit etwa, wann es seinen Kanal gibt? Das können wir doch einfach auf YouTube schauen. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier mal auf Alphasteins Kanal. Und ich sehe hier, er hat seinen Kanal am 01.01.2016 gegründet. Okay. 01.01.2016. Das heißt ja, wenn man jetzt einen vierstelligen Code machen möchte, dann wäre das ja 0101 wahrscheinlich. Das war der richtige Code. Oh mein Gott. Okay, wir haben den Code geknackt. Warte. 0101. Let's go. Wir gehen durch. Oh, krank. Aber wo führt das hier hin? Alphastein hat ja gesagt, er bringt sein Geld hierher. Also irgendwo muss ja hier eigentlich der geheime Geldspeicher von Alphastein sein. Wir gehen jetzt mal hier runter, Leute. Oh mein Gott, was ist das? Leute, guckt euch das hier mal an. Hier ist ein goldener Tresorraum. Und hier sind Laserstrahlen. Und hier sind Laserstrahlen. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und das ist alles hier aus diesem gehärteten Stahl. Also wir können uns auch nicht hier außen rum bauen. Oh. Hä? Da oben sind Schüsse. Warum sind da oben Schüsse? Und ich sehe da auch Alphasteins Namen. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warte mal. Kommt Alphastein jetzt hier rein, oder was? Das war nur ein Zombie, Chef. Keine Sorge. Ich habe den sofort nicht. Was war das hier? Das war nur ein Zombie? Nein, 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 nein. Hier kommt keiner rein. Warte, ich wollte, dass hier nochmal reingeht. Nein. Nein, ich habe das draußen vergessen. Oh mein Gott. Ich komme bei Wiederwache. Bis gleich. Ey, ich dachte schon. Ich dachte schon, Alphastein will hier reinkommen, Leute. Das wäre es jetzt gewesen. Aber er hat gesagt, er will gleich hierher kommen. Er hat was zu Hause vergessen. Also, oh Gott, wir müssen uns jetzt hier beeilen. Wir müssen uns jetzt hier beeilen. Wir müssen jetzt schnell in den Tresorraum reingehen. Wir müssen ihn hier blündern. Jetzt ist nur die Frage, Leute. Wie können wir jetzt hier die Laser ausschalten? Können wir die hier einfach abbauen oder so? Warte mal. Ich glaube, wir können hier einfach abbauen, hier die Laser strahlen. Ey, Alphastein, du bist ja ein richtiger Bummi hier. Zack, zack, zack. Und wir hauen die Laser einfach weg. Yeah, let's go. Und jetzt, okay, wie können wir jetzt den Tresorraum hier aufbrechen? Warte mal. Oh, der war gar nicht gesichert. Oh mein Gott, let's go. Wir haben die Tresortür einfach aufgemacht. Alter, schaut euch das hier, Mann. Hier sind Goldbachen, Goldmünzen, alles. Und eine Diamantkiste hat der sogar hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 35 Diamanten, zwei Stacks Gold, zwei Stacks Geld. Und Waffen hat der hier drin. Alter, oh mein Gott, Leute. Wir sind super reich. Wir sind super reich. Wir haben Alphastein, das ist geil im Tresorraum. Oh mein Gott, wir müssen jetzt aber hier abhauen. Wir müssen hier abhauen. Okay, wir haben Scope. Wir können hier den, wir müssen die Wache ausschalten. Anders, da geht's nicht. Wir müssen die Wache ausschalten, mit dem Geld abhauen. Und dann können wir uns was richtig krasses jetzt kaufen. So, Alphastein. Jetzt bist du nämlich hier nicht mehr der reichste Spieler. Okay, da ist die Wache. Warte mal, wir drehen uns mal. Und wir gehen jetzt raus. Drei, zwei, eins und... Äh, hallo, Wache. Hä? Bam, 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 bam. Oh mein Gott, er will abhauen, er will abhauen. Wir müssen ihn snipen. Oh mein Gott, wir müssen ihn snipen, Leute. Wir müssen ihn snipen. Ey, der hat richtig viel ausgehalten. Habt ihr das gesehen? Das ist gar nicht gut. Komm raus. Bamm. Wie viel hält der denn aus, Leute? Egal, egal, wisst ihr was? Wir hauen einfach ab, wir hauen einfach ab. Keine Ahnung, der hat irgendwie gepanzerte Rüstung oder sowas an. Oh. Wo ist der? Da hinten sehe ich ihn, da hinten sehe ich ihn. Bamm. Und bam. Oh mein Gott. Wache von iCrimix erschossen. Wir haben seine Wache erledigt. Oh, da hinten ist Alphastein. Da hinten ist Alphastein, das ist gar nicht gut. Der sieht das ja im Chat, dass ich seine Wache erledigt habe. Oh mein Gott, wisst ihr was? Ich werde ihn jetzt mal konfrontieren. Ich werde ihn jetzt konfrontieren, Leute. So, Alphastein. Max, wir gehen jetzt hier spazieren. Was ist los hier? Ich habe gesehen, was im Chat stand. Die Wache wurde besiegt. Ja, guck doch mal, was ich in meiner Hand halte. Du hast meine Wache angegriffen. Wieso? Wie hast du die gefunden? Und guck mal, was ich hier noch in meiner Hand jetzt halte. Du hast das nicht von mir, oder? Ich habe deinen ganzen Trisor ausgeräumt. Du hast wieder, das ist alles, was ich hatte. Ja? Alles, was du hattest. Oh, Leute, der kreift mich an, der kreift mich an, der kreift mich an. Oh, der macht richtig viel Charme in seinem Chat. Niemals. Oh, Leute, Leute. Nein, 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 nein. Er ist voll stark. Ich habe nur noch das Scharfschützengewehr. Oh, bam. Oh, ich muss mit seinem Geld abhauen, Leute. Bam. Let's go. Wir haben Alphasteins geheimen Bunker gefunden und ausgeraubt. Und ich sage euch ehrlich, Leute, wir werden jetzt erstmal richtig schön alles zu Geld verwandeln. Ich werde jetzt hier alles verkaufen, Leute. Dann haben wir richtig viel Kohle. Und dann wird es Zeit, dass wir unser eigenes Business machen. Ich glaube nämlich, hier mit Lebensmitteln können wir nämlich voll viel Geld hier auf dem Server verdienen. Weil jetzt können aktuell die Spieler nur bei Alphasteins Schimmel-Lidl hier was kaufen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns auch mal hier einen Supermarkt oder sowas aufbauen. Da ist Amir. Yo, Amir, was geht? Alles gut? Alles gut? Ja, ja, ja. Ey, was machst du hier? Auch ein bisschen was verkaufen. Ankäufer. Ey, Amir, bei mir, meine Geschäfte laufen sehr gut zurzeit. Guck mal, ich schenke dir was hier. Oha, Max, Digga, du bist der Beste. Gerne doch. Boah, danke, Alter. Oh mein Gott, guck mal, wir kriegen pro 8 Diamanten ein Steck Geld. Oha, ey, wir sind super reich. Wir sind einfach super reich. Guckt euch das hier mal an. Oh, endlich kann ich mir ein kleines Haus kaufen. Danke, Max, du bist der beste Freund. Ey, gerne, gerne doch, gerne. Ey, Leute, wir haben so viel Geld. Für 16 Gold kriegen wir auch nochmal ein Steck Geld. Guckt euch das an. Wie viel Geld haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun Stecks Geld haben wir. Ey, das sind irgendwie, keine Ahnung was, über 500 Dollar oder so. Das ist richtig krass. Ich denke, es wird Zeit, uns jetzt mal irgendwas hier, wir müssen ja unser Geld auch investieren. Dann sollen wir uns eine Luxusvilla kaufen oder, ja, ich glaube, erstmal einen Laden, oder? Guck mal, wir gucken mal hier in den Baushop, was man hier so kaufen kann. Oha, Leute, schau mal, hier können wir nämlich einen McDonald's bauen, hier bei dem Baushop. Ha, 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 ha. McDonald's Restaurant bauen für 5 Netherite. Oha, der will dafür sogar einen Netherite. Der will nicht mal Geld haben. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich, wenn wir einen eigenen McDonald's bauen, damit könnten wir Alpha-Steine richtig hops nehmen, weil dann wird es einfach bei uns leckere Birchies geben und dann wird niemand mehr bei seinem komischen Lidl da was kaufen. 5 Netherite machen, kostet das? Wir gucken mal, okay. Aber was kostet ein Netherite überhaupt? Da müssen wir mal hier zum Verkäufer rübergehen. Mal gucken, was das kostet. Also, wir haben ja jetzt super, super viel Geld. Ein Netherite, oh, okay, das ist teuer. Das ist teuer. Aber wir kaufen hier mal zwei. Okay, wir haben fünf. Aber gut, wir haben, Leute, wir haben immer noch so viel Geld auf Lager. Ha, 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 ha. Ey, wir sind so reich, ne? Wir könnten uns sogar noch ein Haus oder alles bauen. Aber, Leute, wir kommen jetzt erstmal zu McDonald's. Man muss ja erstmal sein Business ein bisschen ausbauen, damit wir jetzt hier auch wieder Geld verdienen. So, und wir kaufen uns den McDonald's-Bauplan. Let's go, Freunde. Okay, Leute, wir haben jetzt hier nämlich wieder den McDonald's-Bauplan geholt. Ihr wisst ja, wie das läuft. Das müssen wir dann da hinwerfen, wo wir das bauen wollen. So, zack. Dann kommen wir schön mit hier, Bauarbeiter. Zack, zack, zack. Und ich würde sagen, um natürlich Alpha-Steine richtig zu ärgern, werden wir das einfach hier direkt neben sein Lidl bauen. Ha, 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 ha. Ich glaube, hier ist eigentlich ein ganz guter Platz dafür. So, wir droppen ihm jetzt mal hier die Seite hin. So, zack, okay. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück und werden auch hier ein paar mehr Bauarbeiter bezahlen, weil wir haben ja sowieso ultra viel Geld, Leute. Zack, da können wir dann direkt mal hingehen und einfach mal, keine Ahnung, so richtig viele nehmen, damit der McDonald's schnell gebaut wird. So, zack. Dich habe ich jetzt hier mal angestellt. Du bist mein Angestell... Ach, nee, warte, ich hätte anheuern noch klicken müssen. So, anheuern. So, dann heuern wir den noch an, Leute. Wir nehmen hier richtig viele Bauarbeiter, damit es einfach schneller geht. Let's go. So, ich habe die jetzt hier alle mal bezahlt. Bauarbeiter, alle mitkommen. Hier, wir müssen den McDonald's bauen. Woohoo, ha, ha, ha. Leute, schaut euch das an, meine Bauarbeiterarmee. Let's go. Okay, die bringen jetzt hier alle zum Chefbauarbeiter. So, Bob, der Baumeister. Dann fang jetzt hier mal an, Junge. Fang mal hier an, was zu bauen. Los, mein McDonald's. Ich muss hier Alphasteinhops nehmen. Ich muss Geld verdienen. Let's go. Okay. Okay, guck mal, die tauschen sich hier aus. Die reden hier untereinander. Vielleicht müssen wir so ein bisschen mit denen reden. Heu, 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 heu. Heu, heu, heu. Okay. Wir haben den, das war Billiger Sprache. Kennt ihr doch alle. Heu, heu, heu. Mhm, okay. Ich habe denen hier so ein paar Ansagen gerade gemacht. Ja, ja, kein Baupfusch. Fangt mal jetzt hier an, Junge. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Die fangen jetzt hier alle an zu bauen. Ha, 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 ha. Woohoo. Let's go. Okay, ich glaube hier der Chefbauarbeiter, der läuft jetzt hier mal weg. Okay, der hat hier die Ansagen verteilt. Und jetzt legen die hier los und bauen jetzt hier meinen McDonald's auf, Freunde. Wir gucken uns das mal hier schön von Weitem an. Guckt mal einfach hier genau neben seinen Lidl vor seiner Villa. Ey, Leute, das wird Alphastein, das wird den so nerven. Das wird den so nerven. Einfach direkt jeden Morgen, wenn er aufwacht und auf seiner Villa aus dem Fenster rausschaut, wird er meinen McDonald's sehen. Ha, ha. Okay, Leute, also die Paulberger fangen jetzt auf jeden Fall mal hier an, meinen McDonald's zu bauen. Ich würde sagen, in der nächsten Episode gibt es dann die Eröffnung von meinen McDonald's. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann seid auf jeden Fall wieder am Start. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020